Hallo Freunde und willkommen an diesem Samstag zur nächsten Folge von Let's Play FIFA 16 Karriere. Wir sind wieder da und haben nach dem Spiel gegen den HSV, nach dem Sieg im Nordderby heute den SC Freiburg vor der Brust. Wir spielen wieder an unserem Glückstrikot was zurzeit sehr gut hilft. Das ist das klassische Freiburg-Trikot wir bleiben bei dem Spiel gegen Freiburg, gegen Nils Pedersen unserem ehemaligen Spieler beziehungsweise unser Bier nicht direkt, sondern halt von Werder Bremen. Ihr wisst, was ich meine. Spielen wir heute und wollen auch dort nach dem Sieg gegen Stuttgart und wie gesagt gegen den HSV den nächsten Sieg einfahren. Es wäre es wäre schön. Ich würde es mir wünschen. Teniert war er heute nicht dabei ähm aus gelb gesperrten Gründen, die ich mir nicht ergründen kann. Wenn ihr versteht. Ähm wir nehmen mit ich packe meinen Koffer und nehme mit einen Anthony Uja. Felix Kroos ähm ich nehme Felix Kroos mal nicht mit sondern belasse es so wie es ist das ist soweit okay ich denke das sind Spieler die dieses Spiel wichtig sein können. Freiburg ist eigentlich vom Papier her eine leichte Mannschaft natürlich aber soweit ich mich erinnere haben wir das Hinspiel gegen die Freiburger äh gegen die Freiburger verloren es wäre schön wenn das heute nicht wieder passiert äh so reingeht es in die Partie der erste Freiburg der Aufsteiger gegen Werder Bremen der aufstrebende Klub das ist unsere Tabellensituation wir sind auf Tabellenplatz 4 mit einem Sieg und einem Unentschieden oder einer Niederlage von Gladbach wären wir Tabellendritter das wäre natürlich überragend hier kommt die Aufstellung von Freiburg rein mit Schwolow Kübler, Höhen, Mitrovic ähm Günther, Schuster, Höfler Mike Franz, Kron, äh Moldeely, Pedersen und seinen Sturmpall da habe ich nicht gesehen so, Ball liegt der Rasen ist nicht der Beste aber immerhin ist das Wetter schön das ist wichtig das macht schon mal einen großen Unterschied ob es Wetter schön ist oder ob es regnet oder stürmt oder keine Ahnung was ist und vor allem wenn du fein gegen Torwart hast der Schwolow heißt Schwolow dann geht es sowieso schon mal wesentlich besser gibt es hier die erste gute Karte für unseren Spieler für unseren guten Heirovich der dann ein bisschen engagiert reingegangen ist weiß ich nicht ob das unbedingt ja gelbwürdig ist meiner Meinung nach pfeifenswürdig klar aber gelbwürdig nein auf keinen Fall wie was Galdirola und Bartels ich mag die Stimmung im Stadion für sie ist ganz ganz schick ich wollte süß zuerst sagen und dann wollte ich schick sagen und dann macht Junosowitsch den nicht rein Och Juno was ist los der hat sonst im Schlaf gemacht vor allem gegen Schwolo was ist das für den Namen es tut mir leid man soll sich nicht übernahmelustig machen man kann dafür nichts Heirovich Oho starker Ball kriegt war die leider nicht bisschen zu stark versteht ihr weil starke Ball und zu stark und Günther Klasse von Geber des Elasti der sich den Ball da holt Bartels ist dran das ist Bakfrede jetzt und das ist Slatke Jondosowitsch 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 mit der Flanke wir haben den Ball noch wir haben den Ball noch Valdi Bartels und Bakfrede und Bakfrede und Bakfrede Schwolo dann ist kein schlechter der macht seine Sache bis hierhin extrem stark macht das gut hält die Bälle fest also er hält die Bälle er hält sie nicht fest aber er hält sie hatten wir schon zwei drei gute Chancen Pedersen Nils Pedersen Heirovich vorsichtig du hast schon Geld ich will hier nicht in Unterzahl spielen mein Freund der Sturmpartner von Pedersen den ich vorher nicht gesehen habe jetzt haben wir das auch mal auf dem Schirm und jetzt gibt es die Ecke ausgeführte für Jan Schuster wie bei das da Klasse und dann schnell gemacht ah Bartels jetzt müssen wir einmal nach unten spielen Jondosowitsch wir müssen warten weil der Spieler einfach nicht aus dem Arsch kommt ich weiß nicht Heirovich der ist da mitgetrabt jetzt schon ein bisschen zu sprinten vorbeizusprinten das wir ihn schicken können Mike Franz Klassiker 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 Drehung super gemacht von Lukimja Heirovich Freistoß für uns sehr gut Garcia haben wir noch alles gut Vardy 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 Jan Luzowitsch und Vardy nächste gute Chance für den SV Werder Bremen Heirovich stark gut vorbeigegangen Heirovich Harnik macht den Hannoveranischen Ausgleich oh ich weiß nicht wohin das ist so eng hier gerade da standen drei Männer um Vardy herum und ihr wisst was es heißt wenn drei Männer um euch herum stehen das kann nicht gut ausgehen ähm was Bartels Super Super Kassiker Superball das ist Ihenaccio 1 zu 0 in der 36. Minute durch Kleschi Ihenaccio Superball Kassiker mit dem Chip und Ihenaccio bleibt ganz ruhig verliert den Torwart verletzt Schwollow und macht sein achtes Tor sehr schön so will ich das sehen das ist hochverdient wir sind bisher die deutlich bessere Mannschaft führen jetzt auch verdient mit 1 zu 0 dürfen jetzt aber nicht aufhören zu spielen sondern müssen weitermachen müssen am besten noch vor der Pause in den letzten sieben Minuten ein Tor machen keins kassieren Freunde keins kassieren Wiedwald Schuster Schuster wieder raus das ist Günther und Wiedwald ist da so Jairovic was war das denn das war ein hoher Ball das war ein hoher Ball also ein hoher Dreiecksball für alle die die Playstation Controller kennen Höfler und Pedersen Schuster Klasse Ball Grifo weiter auf Franz der mit der Flanke Wiedwaldes da alles gut Jan Lusowic Bartels ja Nuzowic starker Ball auf Vardy muss da jetzt ein bisschen hinterherlaufen natürlich aber der Ball ist an sich sehr sehr stark und Bartels ach der war abgefälscht ne der war abgefälscht der war nicht abgefälscht ich hab grad so ein bisschen gehofft weil manchmal kennt man an den 10 was passiert ist es sah so aus als wäre da abgefälscht so von der Szene her die da abgespielt wurde ja traurig wir gehen mit dem 1 zu 0 in die Halbzeit besser als ja wie zuletzt immer hinten zu liegen und äh schauen auf die anderen Ergebnisse Frankfurt führt 1 zu 0 gegen Bayer Leverkusen Hannover 1 zu 1 gegen Hamburg Hertha 1 zu 0 gegen Darmstadt und Kaiserslautern liegt gegen Stuttgart mit 0 zu 1 hinten bis 8 2 Halbzeit Anstoß für die Freiburger bei der SC Freiburgisch ist kein Tor liebe Freunde wer gerade mal auf die Fans hört so war ich kurz ruhig weil ich sie mal hören wollte was sie da rufen und grölen und schreien und feiern dann oh Flanke ist gut gibt den Eckball Jornosevic gute Flanke den haben wir noch Jornosevic gute Flanke nachsetzen Hayrovic Hayrovic abgefälscht aber kann man sehr zentral kein Problem für den guten Schwollow da war das Stellungspiel von Pedersen nicht gut ah war die legt den Ball da zurück aber läuft selber nicht zurück das ist Schuster Bartels gilt Freischuss für uns da hätte ich jetzt gerne mal einen Linksfuß wie zum Beispiel den guten Hayrovic genau so so Hayrovic mit dem Ball in die Mitte yes genauso wünsche ich mir das Garcia 2 zu 0 das wird es dann hoffentlich im Spiel gewesen sein klasse Flanke von Hayrovic Keeper sieht nicht gut aus Kopfball ganz stark Klasse legt gesetzt und dann an die Unterkante der Latte zack 1 erstes Tor für Santiago Garcia und wir führen mit 2 zu 0 sehr sehr schön sehr sehr stark sehr sehr gut vor allem wichtig endlich wieder zurück in die Spur zu finden endlich wieder Siege einzuholen wir sind die deutlich bessere Mannschaft haben sieben Schüsse Freiburg einen einzigen Schuss ich freue mich wie wir gegen die im Hinspiel verlieren konnten vorsichtig Schuster das war klasse gespielt Wiedwald den musste er eigentlich machen Wiedwald war aber da geben wir jetzt die Ecke ausgeführt von Julian Schuster kommt sehr weit nach außen Wardi den wir zu haben können und kein Problem von Wiedwald wieder Petersen die 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 schnellere Kombination ach verdammt Höfler die die Sho Max rachen super aufgepasst Parkvidia Jolusevic kämpft Jolusevic will das war das war Frust, das hat man gemerkt Dienert Cho verliert den Ball schade so, Konterschoss für Freiburg mal so mehr oder weniger, Mike Franz läuft über die rechte Seite Kassier, kommt nicht mehr hinterher und Wiedwald ist da, sehr gut dann der Chip ah schade Höhen Höhen dazwischen ich denke bei der nächsten Unterbrechung wird es für uns mal wieder Zeit zu wechseln Schwollo nach ganz oben, das ist Kübler ach komm ah, für uns, für uns Freistoß, alles gut, lalala, hab ich's gesagt wir bringen Uja, wir bringen Zimbalos und wir bringen Munir für Jairovic so, Freistoß durch Kassier, das ist Barkschrede Munir da stark, das ist Dani, das ist Dani da hätte ich früher abschließen müssen da hätte ich früher abschließen müssen schade Dani, Dani, Pfosten, Nachschuss, Munir, 3-0 einmal abklatschen mit Bartels da war Wille hinter den haben wir gewollt, hier Dani an den Pfosten und Munir ganz sicher nicht den Abseits und dann steht's 8-0, schön nachgesetzt klasse gemacht von der Mannschaft wir können heute definitiv zufrieden sein Munir, erstes Bundesliga-Tor und das als Joker also wie gesagt, wir können sehr sehr zufrieden sein mit der heutigen Leistung das war eine deutliche Verbesserung im Gegensatz zu manch anderen Spielen oh, Dani lenkt den ab, Stieber macht nochmal das Tor für den HSV gleich da nochmal aus in der 77. Minute jede Stadt Bartels dazwischen stark gemacht und jetzt kommt nochmal Freiburg mit Molle Daly oh, macht es gut, Flanke, allerdings doch gefährlich, ich dachte, Bakfriede kriegt den von denen ist Munir Munir, der hier am Ball ist hab ich Uja Hallo, läuft da irgendjemand hin zum Ball Freiburg muss als nächstes gegen die Härte ran und wir müssen jetzt erstmal aufpassen, dass wir nicht noch ein Gegentor kriegen darauf habe ich nämlich keine Lust so ein 3-0 ist ein sehr sehr guter Endstand Asale mit der Flanke sehr gut aufgepasst komm schon Freunde, nicht Schuster und Wienwald gibt den nächsten Eckball heißt wieder Vorsicht geboten Ok, vergesst das bitte Vorsicht, das war eher niedlich so, Finn wartet jetzt ein Ball zieht nochmal nach vorne schicken wir Uja der kommt nicht aus dem Arsch, war klar, findet den Ball aber Ball bleibt bei uns ein Wurf sehr gut Uja Yenatsu stark Munir, Munir Munir hoho fliegt da über Schwollo es wäre natürlich klasse gewesen wenn er jetzt sogar noch sein zweites macht er ist die ganze Zeit gar nicht treffen dann macht er 2 auf einmal Dani Dani und Uja und 4-0 gegen die nächste Freiburg klasse gemacht schönes Tor schnell kombiniert zack zack durchgesteckt und dann sofort abgeschlossen von Uja der dann seinen eigenen Treffer sozusagen eingeleitet hat ich denke damit können wir heute zufrieden sein und können sagen ja, diese letzten schwierigen Spiele erstmal abhaken und uns über die aktuellen schönen Ergebnisse freuen denn das ist unser nächster Sieg, unser dritter in Folge Bartels Uja wollte jetzt hier noch einen machen oder was ach schade so nicht und am Ende steht es 4-0 gewinnen wir gegen den SC Freiburg sehr sehr gutes Ergebnis sehr sehr wichtig das lässt uns weiter hoffen dass wir am Ende in der Champions League stehen 11 Schüsse für uns 6 am Ende für Freiburg die Hertha gewinnt 3 nur gegen Darmstadt Stuttgart 2-1 gegen Lautern Hamburg 2-2 und Frankfurt gewinnt tatsächlich gegen Leverkusen klasse so einmal Training gestartet und dann habe ich gerade schon auf die Tabelle geschaut wir sind oh Sterbekästen 70 Monierende 80 sehr gut das sind sehr schöne Werte Monier hat sich nach dem Spiel auf jeden Fall verdient wir sind Tabellendritter aktuell aber der Glattbach muss noch spielen das ist gerade das Problem Sperre abgelaufen wird in der Weide kann wieder spielen das wird auch nächste Partie wieder machen jetzt was sie dort wieder real VIA Real die haben Giovanni dos Santos ein sehr sehr guter Spieler aber danke ich verzichte Wender möchte noch schon zu einem der ganz großen Klubs die um die Meisterschaft mitspielen ich möchte mich schon deutlich verbessern wird dann wahrscheinlich ja auch die letzte Saison sein die dritte bevor es dann rangeht an FIFA 17 Uiuiui Monatsbericht Trainingsverletzung Toll Trainingsverletzung beim letzten Training ist es zu einem einer Verletzung gekommen Unglücklicherweise lautet die Diagnose für Aaron Johansson Schienbeilbruch 4 Monate Pause sehr schön ich bin begeistert wir sehen wir von uns ist Köln wir verunsichern die Kölner mal ja ich kann kotzen vier Monate Pause ein Stürmer weniger Außenbandverletzung von Rundtola ist auch nicht gerade viel besser Bayern ist dabei EuroLeague wir gucken mal wir sind auf Sabernplatz 4 Borussia beide Spiele gewonnen die haben schon ein Spiel wieder mehr guck nochmal in die E-Mails wie er Natschow möchte spielen darf das natürlich auch nach den klasse Leistungen die der zuletzt gezeigt hat da haben wir Sevilla wieder sehr gut dann hole ich Sevilla wieder in die Ausflussung mit rein dass ihr entscheiden könnt ob wir zu Sevilla wechseln wollen oder zu Chelsea zu Manchester United oder zu Juventus Turin oder bleiben wir halt bei Werder Bremen das sehen wir dann alles äh in ein paar Tagen, Wochen wenn es dann an die ähm Umfrage geht wohin ihr denn nun wechseln möchtet zur dritten Saison ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zuschauen wir sehen uns morgen wieder zur nächsten Partie da geht es ran gegen den 1. FC Köln vielen vielen Dank fürs Zuschauen wir sehen uns morgen bis dahin Leute schönen Tag noch tschau